Hallo und Herzlich Willkommen zum Friendship Beam TTT Mit dem Anno, dem Wandausen, dem Okubus, dem Zerbrus, dem Virus und mir dem Turbos Moin Moin Guten Tag Sag mal Zerbi kommst du überhaupt da eigentlich raus? Nein Bist du das ernsthaft nicht? Also bis jetzt hab ich nichts gefunden Irgendwann hat Musik gehört Ich hab erst gedacht da rechts wäre eine Treppe und da ist auch eine Treppe oder? Da war auch saulaut hier draußen Wenn hier irgendwie rein Oh was war das? Ne Hier rechts, 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 rechts Ja ich weiß, da war ich schon aber Ok gibt's den Fahrstuhl? So runter Müssen wir doch rauskommen Mach mal den Duck Jump Dieses springen und schlug gleichzeitig Mach jetzt, oh 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 Kann man nicht erschießen jetzt Nein nein ich bin innocent Vorsicht hier unten ist Banause Oh ja der Banause ist gefährlich Der hat das gebrochen Echt mal Weg hier Nimm mich mit Nimm mich mit Wen hab ich gebrochen denn? Anno oder dich? Gibt's egal Eine Granate auf diesem Ding Ist das normal? Wartet auf mich Wartet auf mich Wartet auf mich Wartet Ich hol euch wieder runter Komm runter Schmeiß die Granate hoch Dezent dunkel hier der Fahrstuhl Ich hänge Ich hänge Ich hänge mal auf zum Schach Oh nein Und der Okuras wartet oben schon Oh nein Oh Gott Was ist wieder raus hier? Hey Ey In der coole Kante mit einem DuckJunk Braust Da war ich auch am Anfang Mal ganz kurz Alter Dann kannst du eine Karte fallen Binky Nimm mich nicht wohl hier Wer ist das denn? Hallo Hi Ok 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 Ich hab nur Okuras bisher hier gesehen Nehmen wir überhaupt noch andere Ok genau Oh Aber ist sau laut hier mein Binky Ok Vincent windig ja Von der Lautstärke Ah Tatsächlich Das ist wirklich eine Solid Map hier Jetzt wo du es sagst Oh Leck Leck Was ist Tradershop geöffnet? Ne Ich hab nen Leck gehabt Leckt Ja Wo bin ich denn jetzt? Ähm Geht's auch irgendwo Ja Oh Was hab ich gemacht? Der Hutscherspann Der Hutscherspann Der Hutscherspann Der Hutscherspann Der Hutscherspann Der Hutscherspann Irgendwo ein Zug Ja hier bei mir Der war auf mich gerichtet Ich hab irgendwas Ah ich hab nen Fahrstuhl aktiviert Ja Wann aus 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 wie hätte man da zwei leichen reinpacken müssen wir zwei leichen rein und dann ich habe jetzt schon gedacht der an der hat dann nicht mitgekriegt dass ich habe gedacht du stirbst aber nicht die wenn ich tommy der tommy da im trader abschießen richtung zu dir aber du warst geschützt ich war weiter oben einfach nur ich war oberhalb der turm hier als sie unter mir durchfuhr ja nee du warst genau vor dem trader türen ich habe durch die teiltür geschossen auf dich also das fuhr durch dich durch ich denke ja warte was soll das jetzt jetzt gemacht was sind wir denn hier was ist das für ein dancing queen raum hier alter ich glaube ich habe alles kaputt ich glaube ich habe alles kaputt Was ist denn da los? Das ist ja der Wahnsinn Du Kuras Das Schlimme sind sowieso schon alle tot Ja, es sind alle tot Ja echt ey Es sind alle Fallschirm und Fallschirm hintergesprochen Ja, ich hab den einmal aktiviert, wo einer reingegangen ist Ich hab's nicht Das ist ne Traitorfalle Das weiß ich jetzt erst Mit dem Ding fall ich auch nicht mehr Wandert hier Also die Waren kann man schon nicht draufpassen Wenn jemand von oben runter springt Und auf einen rauf springt Oje 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 Ich bin ja verbunden mit dem Fahrstuhl rauf gefahren Und dann muss der Fahrstuhl auf einmal weg gewesen sein Unter beiden Füßen oder Ne 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 ne, ich bin runter gesprungen Auf dich drauf und hab dich so getötet Ach so, oh Gott Ja Das ist möglich, ja Aber ich find keine Waffen in der Mutti Also Waffen sind denn ein LKW da vorne an dem Links neben dem Fahrstuhl Und so sind auch Waffen Ja unten hat's auch noch ein paar Waffen Unten sind auch noch welche, ja Die liegen alle so auf einem Haufen Fahrstuhl werd ich garantiert nicht nutzen Der kann's auch unten sporen Ach so Fahrstuhl kann man ja mit der Traitor nur anhalten Ja Kann man anhalten, ok Anhalten So Der anderen Zeichen Hallo Hör was Servus Was ist das für ein Alarmding jetzt hier auf einmal Gefahrstuhl Alarm Alarm Da kommen jetzt welche Oh Hey Was war das? Hör doch ne Frick Grenade Wauw 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 Oh Ok Ja Das andere Nacht Hör was Ja Was uns war doch gerade auf mich gespissen war es oder? Ich hab gar nichts gemacht aber schieß linke tot Bin jetzt eh fast tot von der hinz guilty lege Nachrichten wenn der es nicht werbelebigend wieder Ist Da mach du das du bist Der Kind Der kann dann entweder nur gleich oder servos Gute Nacht, Tobias, Feder und Bernd, ja ich weiß das er deshalb, ich will den nicht abknarren sonst hat er gleich keinen Bock mehr Die Taube stand seit dem Anfang da, die hab ich da beim Wagen platziert, nur kam niemand in die Nähe bis dahin Die kann man auch gar nicht werfen. Achso und als Okuras da hingelaufen ist, ist die losgegangen und dann hinter mir her geflogen Ja genau wahrscheinlich Ja und das sah so aus als wäre es aus Okuras raus zu gehen Okuras, du hast doch die Shrekknade geschmissen, ne? Ich hatte Angst, die war vom Virus Echt? Dann hat die die wohl gut geschmissen Nee, nee, das war diese blaue Laser Gun Die hab ich halt mit Volltreffer getroffen, mit 70 Schaden Da hast du aber fast einen Traitor-Kollegen reingeritten, ne? Weil der Okuras kurz danach vorbeigelaufen ist Ich weiß, der Okuras war hinter ihm, aber ich habe direkt auf ihn geschossen Hey Okuras, boah Ich hab den jetzt nicht gerufen Ich hab den jetzt nicht gerufen Ich hab ihn gerufen Ich hab ihn gerufen Rufen Rufe gerne Laut Sonst an an Zeitpunkten Ich hab den Scheiß-Wasser Kann ich denn einen tweeter aufstehen? Oh, nee, au auf au Au Hüe, au Hüe, au, ne, au au Hüe, au Wann ich denn hier soll? Schießt wer? Schießt wer? Sind sie nicht, sie haben gerade eine Waffe Ja, schießt wer Hm, wo hast du? Oder bist du noch da? Ich bleibe ein bisschen mit meinen Gabelstapel Warum? Warum? Das ist gar nichts Und schleicht der denn da hinten so rum? Und hier Boah, war das krass Ich gucke gerade der Rios die ganze Zeit Schleicht oben am Dach an Ja, ich schaffe mal, ich schaffe mal nach Du hast eine kurze Waffe bei dich, hallo? Was ist das für eine Waffe? Schalldämpfer, ne? Ja War die einzige, die unten rum lag Hallo? Let's go Wie soll der hier rum denn? Ich hab da oben hingeschossen So langsam kommt der zweite Kollegin Um die Leute aufzuschrecken Um die Leute aufzuschrecken, nein Wegen noch alle Echt? Ok Boah, weißt du das Hä? 3, 2, 1 Das ist die Übo Disco Die Überschrecken Die Überschrecken Oh, Disco könnte hier noch ziemlich stark sein Oh, die Disco auch perfekt Hörgirchen mit dir geworfen hat Dankeschön Nebrus Das ist mein Name Nutzt ihn nicht ab Nutzt ihn nicht ab Ja. Wieso? Kannst du nur 5 Mark brauchen oder so? So, wo ist es? Hi, na, du und sonst? Ah, kann ich schon. Kann man hier nicht runterlaufen? Soll ich euch beide alleine lassen? Ja, gerne. Ich glaube, der hat den Map muss den Ingame-Sound leiser stellen dann. Ja, hab ich auch schon. Ich hab schon wieder in den Keller geflipst. Oh, was? Wer kommt hier im Fahrstuhl hoch? Aua, hey, hey, hallo! Oh! Zerbrus hat aber auf mich geschossen. Wer? Zerbrus? Was? Ich war es nicht, bei einer so war es auch nicht. Zerbrus hat nachgeladen, hab ich schon gesehen. Ok, 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 es wird auf mich geschossen. Virus oder Zerbrus? Zerbrus, er hat gerade nachgeladen, dass ich um die Ecke kam. Dann töte ihn. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Juhu! Siehst du? Ob er war's? Ja. Ok, gut. Anno, lüg doch nicht. Ja, es ist natürlich schwierig. So viel in der Anfang aufzustehen. Anno, lüg doch nicht. Sagt er, während ich den Traitor erschieße. Also Moses Chobos eine andere. Ich hab gesagt, du lügst nicht. Achso. Aber dann kenne ich auch jeder, der dich hilft zu töten. So kenne ich dich an. Warte mal, wie kann es das sein? Du wirst, wenn er rupen ist als Ge-Emer gemacht. Of course nicht. Einer von beiden ist Traitor. Anno oder Banauze. Banauze hab ich auf gar nicht gesehen. Das ist nicht der Banauze. Banauze, 100%. Banauze ist 100%. Ja, es ist Banauze. Reune, das ist random, aber sonst. So was hätte das auch sein können. Ja, sag an. Wenn Virus safe ist, dann ist es ein bisschen besser. Achso, du nicht? Ja, für meine Sicht natürlich. Wo ist er denn jetzt? Ja, Arno hat auch mitgeholfen, auf den Traitor zu schießen. Ja, aber Turbus ist ja dann sicher. Klar. Ach, Turbus ist ja auch noch. Ich hab gar nicht gesehen. Das ist meine... Ich hab wirklich gecheckt. Dich hab ich nie gesehen die ganze Zeit bis jetzt. Wer hat unten den Traitor ran? Ja, ich hab voll gesehen der reingelaufen ist. Ich hab keine Ahnung wo der Traitor rauf ist. Das ist doch scheiße so weit. Ja, das wir wirklich können. Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen. Ich wollte eigentlich auf die Lokomotive wechseln, aber der hat nicht gewechselt. Der hat einfach nur normal geschossen. Das war ein bisschen doof. Achso. Und dann hieß es, jemand hat geschossen, der muss der Traitor sein. Ich hab dich nachladen sehen. Ja. Ich dachte, er hat so... Toll. Und jetzt? Ich hab gar nicht gecheckt, dass Turbus noch lebt. Ich hab ja gedacht, wir sind nur wir vier. Ne, da war ein Teller. Das war ein Gerät. Dankeschön. Ja, ne. Die ganze Zeit sind wir alle hier in der Mitte rumgelaufen. Eigentlich nie gesehen haben wir von Hause. Und die anderen drei waren da. Ja. Anno hat einfach die Waffen weggeschmissen. Entschuldig. Ja. Der Traitor. Ja. Ich will ne Waffe haben. Ja, die hat Anno gerade alle weggeschmissen. Ne, hat noch welche. Ne, im Lappenbagen drin. Eine. Okay. Oh. Etwas krass und ne Traterfall aktiviert. Weiß wer. Ja. Was war noch mal die Disco? Ich hab einen Traitor. Banause. Die... War schon wieder. Banause ist ein Traitorraum drin. Wieso ist ein Traitor? Weil ein Traitorraum drin ist. Achso. Und weil er die Traitorfall aktiviert hat. Er hat unten den Traitorraum. Er hat den jetzt hier auf wen geschossen? Bukurus, wieso hat der dingstens auf dich geschossen? Auf mich hat keiner geschossen, oder? Oder hast du das Glas da oben kaputt gemacht? Ich hab da oben die Scheiben kaputt gemacht. Achso, okay. Das soll so aus, dass irgendjemand auf dich schießt. Wer ist nicht mehr unter den Traitorraum. Wo ich das sehe. Könnte sich hochgeportet haben. Ich glaub nicht wie viel vom Traitorraum ich sehe. Ja, er ist da oben. Genau, der ist da oben. Jetzt der Fahrstuhl fährt doch jetzt erst nach oben. Ei. Ja, aber er ist Traitorraum. Wird übrigens jeden, der mit dem Fahrstuhl runterkommt, ne? Ich hab mal sowas in die Monster. So. Jeder, der freiwillig runter springt, ja natürlich nicht. Tobus, warst du denn schon mal im Traitorraum? Ja. Kann man da nach oben kommen mit, oder wie? Ja, Teleporter. Okay. Und auch umgekehrt. Man kann ja hierüber hinkommen damit. Ey. Virus. Virus. Ja. Der andere ist Virus. Virus und Bras, okay. Virus ist auch gerade weg. Ich weiß nicht, wo der hin ist. War das ein Friendship-Cut? Ja, hier oben geht gerade ein Friendship-Cut. Hier oben geht gerade ein Friendship-Cut. Hier oben geht gerade ein Friendship-Cut. Hä, Virus ist gerade in dem Traitorraum. Hä, Virus ist tot. Wie ging das jetzt? Warte, kannst du da unten bei dem Traitorraum vor dran. Virus ist im Traitorraum und tot. Kannst du wieder bei dem Brasen. Oh, ich hab die Traitor-Waffe. Oh, ich hab die Traitor-Waffe. Da ist oben. Lieb eigentlich, außer uns beiden noch eben. Du und Panause. Du und Panause. Ihr seid beide oben. Okay. Ihr habt Virus, ne? Aha, richtig. Aber ich hab noch keine Ahnung, wo diese... Wölterraum ist... Ah, hier, hier. Neben dem Bern ist der. Wölterraum. Neu? Ich hab gedacht, ich sei durch den... Ich sei durch den Teleporter, ich bin gar nicht. Ich war vor der gleichen Tür. Ich hab gar nicht geschnallt. Wo zum Hinkern sind denn die Teleporter? Ich war noch nie Traitor hier. In dem Traitorraum drin. Ja, aber wo kommt man hier raus? Das ist ja alles in irgendwelchen Lagerräumen zum Beispiel. Okay. Wahrscheinlich bin ich ausgesehen vor und gleich zurück durch und hab's gar nicht geschnallt. Hast du mich dann durch die Wand erschossen, Turbos? Äh, ne. In die Tür auf? Ja, genau. Ah, okay. Na gut. Das hab ich bei mir gar nicht gesehen, weil es eine Glastür war. Für mich. Ja. Ja, macht Sinn. Ja. Na gut. Na gut. Na gut. Jetzt halt der Bananese ist detektiv, okay. Du bist ja auch hier unten. Entschuldig. Bin auch hier unten. Ich muss weg hier. Virus. Ne, du bleibst nicht hier. Ja, mach ne Waffe. Ich hab immer die blödschen Waffe gekriegt. Ich hab so viele Waffen. Das ist gefährlich, wenn du dich löst. Ja, ich komm hier nicht mehr weg. Ich hoffe... Oh, ich... Oh, ich wollte dich auch nicht hier jetzt. Ich hab jetzt den Fahrstuhl jetzt nach oben oder nach unten. Verraten wir nicht. Jaaa. Hardcore Schaden gekriegt im Fahrstuhl, wer war das? Im Fahrstuhl? Jaaa, bevor ich oben habe Schaden gekriegt vorm Fahrstuhl. Und Ando ist hier oben. Welcher ist hier oben? Jaaa. Jaaa. Hi. Sollte ich vielleicht durch den Fahrstuhl zufällig sterben? Jaaa. Warst du eigentlich nur so froh oder redet der Banose schon seit längerem einfach nicht mehr? Banose? Keine Ahnung, oder? Ja, bitte. Ja. Was ist das hier? Oh, ist okay. Ein ordentlicher Suspekt. Ist das jetzt eher so ein grundlegendes Gefühl oder jetzt in dieser Runde? Eher so in dieser Runde, weil ich Schaden bekommen habe und du warst oben da im Fahrstuhl. Autsch. Das war schmerzhaft. Ja, aber ich war hinter dem Fahrstuhl. Ich war in diesem... Dahinter im Fahrstuhl ist noch so eine Stehnnische. Hey. Da kann man aber auch runter... Ich habe einen Schuss aber nur eingeschlagen. Was war das? Ich meine, wer war das? Was war das? Ein Schuss. Da da da. Fall gelöst. Hallo? Oh, der hat einen Fahrstuhl? Ich nehme den Fahrstuhl hoch. Ich nehme den Fahrstuhl hoch. Ich halte den Fahrstuhl. Ich halte den Fahrstuhl, der bei der Partie noch nicht dabei ist. Was? Die war denn den Fahrstuhl ist abortiert. Nee, eigentlich sollte er nur stoppen. Also ich sollte er nicht gekleben. So. Komm schon, Leiter. Oh, Kuros, warum hast du ihn nicht gekleben? Ich bin gerade vor dem... Autsch, da ist jemand gestorben. Beziehungsweise gefallen. Oh, kommt eine Lokomotive irgendwo. Ich habe kein Ticket. Fahr weiter. Was war denn das? Ich habe die Lok nicht gesehen. Servus, guck mal wer alles hier oben ist. Ich sehe... Dich? Da war Virus. Leid ist mit mir. Dann war es Virus. Einer ist nämlich in den Traitorraum reingegangen. Und Virus war der Einzige, der nur hier oben war. Aber... Und Kuros, warum ist es so weit hinter mir her? Weil ich es kann. Ich will dich abschießen. Ja, das glaube ich auch. Weil... Thoros, lebst du noch? Nein. Aber wenn ihr beiden da unter euch ausmacht, ist mir egal. Hm, das war dann der... Servus. Natürlich toll, weil Virus tut das. Da leben denn jetzt nur noch... Ne, Turbos war Traitor. Ja. Dann kannst du ja nur noch Virus sein. Wie ist so, Virus? Glaub ihr doch, ich bin Detective. Ja, ja. Aber er kann auch nur alleine sein. Ja, oder er belebt ihn wieder. Oh, Mann. Ähm... Äh... Das ist ja auch ganz geil, was passiert. Also Turbos, der hinkt ja richtig geil, ne? Also... Ich kann mal... Ne, geht nicht. Ich kann nichts machen. Ich bin nichts. Ich komme nicht direkt. Kannst du mal Magnetesticker fahren? Mal... Vielleicht nochmal? Ich kann mich selber töten, wenn ich Glück habe. Höhle, ich habe voll eingeklemmt. Ja, du... Huibu, huibu, hast du vielleicht... Das ist vorbei. Ich glaube, wieso kann ich das ja nicht verwenden? Ach, Glück gehabt. Ich dachte, das kann ich selber verwenden. Hm. Anscheinend nicht. Ah, jetzt plötzlich, okay. Jawohl, jetzt ist es wieder... Oh! Aber... nein! Nein, nein, nein! Ich habe keine Waffe gehabt. Stammt euch. Boah, ich habe mich in der Tür... Die Tür hat mich in die Bank reingedrückt. Und ich habe mich noch weg in der Ewigkeit. Hast du einen Minify gehabt? Ja, aber wieso kann ich das nicht verwenden? Minifyer funktioniert nur, wenn du es in der Hand hast, dann bist du klein. Ach so! Du bist automatisch klein, wenn du es in der Hand nimmst. Ach so! Und ich dachte schon, wie geht denn das jetzt? Ich glaube ja. Das stand ja vor allem mal wieder vor mir. Für euch hat die Folge gefallen. Und das ist die Bewertung da. In der Videobeschreibung sind alle Kanäle verlinkt. Und... Bis! Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.